Vielen Dank für die Einladung. Die Einladung hat mich dazu gebracht, meine Gedanken zum Zen-Buddhismus so ein bisschen neu zu sortieren. Wie Sie eben schon gehört haben, beschäftige ich mich in letzter Zeit vor allen Dingen mit Religion und künstlicher Intelligenz. Ich bin aber dann und waren noch im Feld, unter anderem im letzten August. Da hatte ich Gelegenheit, mich bei einem gemeinsamen Essen mit dem Oberhaupt der Rinzai-Sennschule in Japan auszutauschen. Es gibt drei große Zen-Schulen in Japan. Eine davon ist die Rinzai-Schule und wir waren in einem fantastischen Restaurant in Kyoto. Das ist gelegen am Stadtrand von Kyoto, umgeben von vielen Tempelanlagen, wie hier zum Beispiel dem Nanzenji. Das Essen war köstlich. Es war ein sogenanntes Kaiseki-Ryodi, also ein Elfgänge-Menü. Hier sehen Sie so ein paar Ausschnitte davon und eigentlich zeige ich ungern Bilder von mir im Feld, weil dann zeigt man so, yes, ich habe Autorität, ich war da. Ich kann eigentlich nämlich mit so einem Stehmikrofon umgehen, weil ich möchte ja gerne durch den Raum gehen. Aber ich gebe mir Mühe, hier stehen zu bleiben. Ja, Dankeschön. Im Notfall komme ich darauf zurück. Und also es war eine höchst formale Angelegenheit, wie Sie sehen können. Und es war auch überaus anstrengend, weil sich der Abt als ein eher einsilbiger und verschlossener, ich möchte fast sagen unhöflicher Vertreter seiner Zunft herausgestellt hat. Nun habe ich während meiner Zeit in Japan sehr viele sehr nette Mönche, Äbter, Priester kennengelernt. Aber er hat sich kaum auf meine Fragen beantwortet. Haben Sie auch einen Rückhalt? Wo ist die Technik? Oder nicht? Nur ich? Super. Gut. Also er hat kaum auf meine Fragen geantwortet. Er hat sich ständig beschwert, weil ihm das zu lange gedauert hat. Und er hat ständig neuen Champagner bestellt. Und das war das. Und ich dachte an diese Begegnung, als ich jetzt den Vortrag vorbereitet habe, weil Erich Fromm in seinen Schriften in Bezug auf Zen-Buddhismus ja häufig Worte gebraucht wie Liebe, Mitgefühl. Und das habe ich jetzt mit diesem Zen-Abt ganz anders erfahren. Und was ich heute machen möchte, ist Ihnen so ein bisschen eine andere Seite des Zen-Buddhismus zu zeigen. Ich werde zunächst in meinem ersten Teil einige Annahmen von Erich Fromm zum Zen-Buddhismus präsentieren. Dann möchte ich Sie mitnehmen ins Feld des Zen-Buddhismus in Japan. Der dritte Teil meines Vortrags schlägt eine Brücke zwischen dem japanischen Zen-Buddhismus und den Zuschreibungen, die seit spätestens Mitte des 20. Jahrhunderts das Verständnis des Zen-Buddhismus, man kann sagen, global dominieren. Und in diesem dritten Teil möchte ich auch auf die Mystik eingehen, um dann im vierten Teil einige Überlegungen über mögliche Wirkungen der frommschen Narration vorzustellen. Und in meinem Fazit greife ich das Thema Mystik wieder auf. Bevor wir einsteigen in die Zuschreibung von Erich Fromm, noch eine kurze Vorbemerkung zu meiner Herangehensweise. Ich bitte um etwas Geduld, aber ich muss kurz was zur Theorie sagen. Ich bin Religionswissenschaftlerin, also keine Theologin. Religionswissenschaftliches Arbeiten besteht darin, die Selbstthematisierung von Religionen und Verwandten, Formationen zu untersuchen. Also beispielsweise die Texte von D.T. Suzuki oder, wie ich zeigen möchte, auch die Texte von Erich Fromm. Und unser wichtigstes Werkzeug dabei besteht im Begriff der Religion als einer analytischen Kategorie. Ich versuche zu verfolgen einen kreativ-spielerischen Umgang mit Bestimmung von Religion, aber möchte diesen Begriff dennoch definieren. In Anlehnung an die Definition von David Morgan, David Chidester und Martin Riesebrot verstehe ich Religion als verkörperte Praktiken und Diskurse. Die Beziehung zwischen Menschen und angenommenen nichtmenschlichen Kräften wie Göttern, übermenschlichen Instanzen sowie transzendenten Gesetzen oder Ansprüchen kultivieren. Religiöse Diskurse und Praktiken sind demnach als Formationen zu verstehen, die sich durch einen Bezug auf etwas Jenseitiges auszeichnen, das analytisch als mit einer angenommenen Transzendenz aufgeladen betrachtet werden kann. Und dieses Potenzial zur transzendenten Aufladung konstituiert die Dynamik, die wir von Religionen kennen, beispielsweise, dass Gemeinschaften geformt werden, dass Heilserwartungen legitimiert werden oder verschiedene andere Funktionen von Religion. Diese transzendente Aufladung nun erfolgt nicht rein kognitiv, nicht rein über den Intellekt, sondern in Tandem mit den Wirkungen, die in religiösen Praktiken und durch die Materialisierung in Religionen auf die Sinne der Akteure Einfluss nehmen. Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Herangehensweise sind nicht nur die Narrationen, Praktiken und Materialitäten des Zen-Buddhismus selbst als religiös einzuschätzen, weil der Buddhismus wie auch der Zen-Buddhismus kennt ja Götter und Geister und Dämonen und übernatürliche Kräfte und dergleichen mehr und hat eine religiöse Lehre. Der Zen-Buddhismus, dass sich nämlich die Lehre jenseits der Lehre von Meister zu Schüler fortentwickelt und dass ein unsichtbares Band besteht zwischen Buddha Shakyamuni und dem jeweiligen Abt, der dann als Meister tituliert wird, ist ein Beispiel für die religiösen Lehren. Dieses unsichtbare Band konstituiert eine transzendente Instanz. Gut, also nicht nur der Zen-Buddhismus selbst, sondern auch ein großer Teil der Schriften und Überlegungen zum Buddhismus sind als religiös zu qualifizieren. Und dieser Umstand muss vor allen Dingen für DT Suzuki herausgestellt werden. DT Suzuki ist derjenige, der gemeinsam mit Erich Fromm und Richard DeMartino ist einer der drei Autoren dieses berühmten und extrem einflussreichen Buches, Zen-Buddhismus und Psychoanalyse, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme. Nochmal zu Suzuki. Bei DT Suzuki handelt es sich um den wichtigsten Pionier des Zen-Buddhismus im Westen. Hier sehen Sie ihn auch in einem Kimono und viele Leute meinen, es handelt sich um einen buddhistischen Priester oder Mönch, das ist nicht richtig. Er war ein buddhistischer Laiengelehrter, der eine völlig neue Version des Zen entwickelt hat. Und ich möchte eigentlich immer, fast immer Zen-Buddhismus aussprechen, weil ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Zen. Also diese populäre, auf dem Buchmarkt so erfolgreiche Form würde ich eher als Zen qualifizieren. Und ich rede aber fast die ganze Zeit heute über Zen-Buddhismus und deshalb spreche ich das immer aus. Suzuki's Zuschreibungen an den Zen-Buddhismus sind ebenso wie die Schriften von Eugen Herigel, das kennen Sie alle, Zen in der Kunst des Bogenschießens oder Alan Watts, der spielt eine ganz wichtige Rolle, weil er die Ideen von Erich Fromm ganz stark popularisiert hat. Diese ganzen Schriften und auch die weitere einflussreiche Apologeten des Zen sind ebenfalls durchzogen von Behauptungen über etwas Jenseitiges, das analytisch als mit einer angenommenen Transzendenz aufgeladen betrachtet werden kann. Aus religionswissenschaftlicher Sicht verstehe ich also Ihre Beschreibung an den Zen-Buddhismus als innenperspektivische Selbstthematisierung oder anders ausgedrückt als theologische Spekulation. Festgehalten werden muss zunächst, dass die Auffassung von Erich Fromm über den Zen-Buddhismus sich nicht orientieren an historischen oder kulturwissenschaftlichen Darstellungen, sondern an theologischen Schriften und das hat seiner Auffassung natürlich Maß, streichen Sie das natürlich, das hat seiner Auffassung stark beeinflusst. Im Folgenden möchte ich zeigen, wie genau das zu verstehen ist und was diese Spekulation mit dem, was wir als Mystik bezeichnen, zu tun hat. Mein Fokus lege ich auf Erich Fromm und den Zen-Buddhismus und behandle sogenannte Achtsamkeitspraktiken nur am Rande. Zum einen, da Erich Fromms Einfluss in Bezug auf die Achtsamkeitspraktiken nicht so stark war, wie in Bezug auf den Zen-Buddhismus. Da hat er ja das mit seinen Schriften und dann später die von Ellen Watts und die von Sergey Jung natürlich, haben das Bild des Zen-Buddhismus im Westen ganz maßgeblich um 180 Grad gedreht. Und bei den Achtsamkeitspraktiken ist es ein bisschen anders. Und das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass sich der Zen-Buddhismus, es beruht auf einer ostasiatischen Tradition, während die Achtsamkeitspraktiken auf Vipassana beruhen. Das ist eine bisschen andere Story. Und heute möchte ich mich der Einfachheit halber auf diesen Zen-Buddhismus konzentrieren. Aber wir können gerne später auch über Achtsamkeitspraktiken sprechen. Und damit komme ich zum ersten Teil, nämlich Erich Fromms Verständnis des Zen-Buddhismus. In den 60er Jahren hörte Fromm Vorlesungen von Deti Suzuki an der Columbia University in New York. Und bald darauf machte ein japanischer Psychiater die beiden miteinander bekannt. Suzuki präsentiert den Zen-Buddhismus als eine anti-autoritäre und ikonoklastische Praxis und Philosophie, die nichts, also Susukis dafürhalten nach, nichts mit schriftlichen Dogmen, Ritualen oder auch mit Ethik zu tun hat, sondern in deren Mittelpunkt die transformativen Effekte der Erfahrung der Welt, Zitat, so wie sie ist, stehen sollen. Hier ein sehr schlechtes Bild von einer Tagung, die Erich Fromm organisiert hat, denn er war fasziniert von den Vorstellungen von Suzuki und Fromm hat ein ausgeprägtes Interesse am Zen-Buddhismus entwickelt und dann 1957 diese große Konferenz über Zen-Buddhismus und Psychoanalyse in Mexiko organisiert, an der mehr als 50 Psychologen, sogar eine Frau, ist auf dem Bild zu sehen, teilnahmen. Die Vorträge von Suzuki und Fromm bei dieser Konferenz wurden zusammen mit dem Beitrag von Richard de Martino, das ist ein Philosoph und Religionswissenschaftler der Kyoto-Universität, in diesem berühmten Band, ich zeige Ihnen den nochmal, Zen- und Psychoanalyse entwickelt, veröffentlicht, das ist erschienen auf Englisch das erste Mal 1960 und im Jahr 1971 ist diese erste Auflage, die erste Auflage erschienen und mittlerweile ist die deutsche Auflage in der 26. Edition. Meine Ausführungen mit den Seitenzeiten, falls sich jemand interessiert, beziehen sich auf diese deutsche erste Auflage. In seinem Beitrag, in diesem Band, Psychoanalyse und Zen-Buddhismus, stellt Fromm die folgenden Gedanken vor, Zitat, sich des Unbewussten bewusst zu werden und damit sein Bewusstsein zu erweitern, bedeutet mit der Wirklichkeit und in diesem Sinne intellektuell und affektiv mit der Wahrheit in Berührung zu kommen. Das Bewusstsein zu erweitern heißt aufwachen, einen Schleier lüften, die Höhle verlassen, Licht in die Finsternis bringen. Und Fromm stellt die Frage, Zitat, könnte das das gleiche Erlebnis sein, das die Zen-Buddhisten Erleuchtung nennen? An diese Frage anschließend stellt Fromm eine Reihe von Parallelen zwischen dem Buddhismus und Psychoanalyse vor und dazu zitiert er zunächst Suzuki, also jetzt Zitat Suzuki, Zen ist seinem Wesen nach die Kunst, in die Natur des Seins zu blicken und das zeigt den Weg von der Knechtschaft zur Freiheit. Wir können sagen, dass das Zen alle Energien freisetzt, die in jedem von uns richtig und natürlich aufgespeichert, aber unter normalen Bedingungen verkrampft und verzerrt sind, sodass sie keinen angemessenen Kanal zur Bestätigung finden. Es ist deshalb das Ziel des Zen, uns davor zu bewahren, geisteskrank oder verkrüppelt zu werden. Das verstehe ich unter Freiheit, dass man allen schöpferischen und wohlwollenden Impulsen, die in unseren Herzen schlummern, freien Spielraum lässt. Soweit das Zitat von Suzuki. Fromm übernimmt die Beschreibung Susukis und modifiziert sie am Ende. Zen ist die Kunst, in die Natur seines Seins zu blicken. Es ist ein Weg von der Knechtschaft zur Freiheit. Es setzt unsere natürlichen Energien frei. Es bewahrt uns davor, geisteskrank oder verkrüppelt zu werden und es zwingt uns, hier modifiziert er, unsere Fähigkeit zum Glücklichsein und zur Liebe Ausdruck zu verleihen. Fromm versteht in Anlehnung an Suzuki Satori, also das ist der japanische Begriff für Erleuchtung, obwohl man eigentlich erwachen sagen müsste, aber ich bleibe mal bei Erleuchtung. Fromm versteht also in Anlehnung an Suzuki, dass Satori die Erleuchtung als Zitat, wahre Erfüllung des Zustands des Wohlbefindens. Psychologisch ausgedrückt, schreibt Fromm weiter, ist die Erleuchtung als ein Zustand zu verstehen, in dem der Mensch mit der Wirklichkeit in sich und außerhalb seiner Vollkommen übereinstimmt. Die Erleuchtung ist der Mensch, der ganze Mensch. Und soweit ich das eben in fünf Minuten verstanden habe, schließt das an und das an, was Sie heute morgen während des ersten Vortrags gehört haben. Die Erkenntnis des eigenen Wesens bezeichnet Fromm als das Ziel des Zen. Dieses Ziel lässt sich seines Erachtens nicht durch Denken erreichen. Das Erlebnis der Erleuchtung kann niemals mit dem Verstand begreiflich gemacht werden, betont Fromm. Und weiter. Sie kriegen Herzbeschwerden? Okay, das ist interessant. Ich kriege auch immer aus anderen Gründen Herzbeschwerden, wenn ich Vorträge höre. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Ich habe das auch, jetzt habe ich Sie einen Vortrag, da sollte ich niemals rechtfertigen, aber ich wollte Sie nicht langweilen. Ich dachte, das kennen Sie alles, weil das ist die Frommsche Idee. Bitte? Ist lange her. Okay, gut. Dann fasse ich nochmal mit eigenen Worten zusammen, was Erich Fromm also in Anlehnung an DT Suzuki sagt. Er sagt, kurz zusammengefasst, dass das Zen ein Weg ist, um ins eigene Innere zu schauen und dieses eigene Innere zu erkennen. Und daraus erfolgen die typischen Frommschen Wirkungen, nämlich eine Erschließung des Unbewussten, eine Auseinandersetzung damit, eine Ganzwerdung des Menschen. Und dadurch werden schöpferische Kraft, also das ist einmal ein Weg weg, also ein Heilungsweg weg von Krankheit. Es ist ein Befreiungsweg weg von autoritären Strukturen. Es ist ein Weg zur Liebe, zur Entwicklung von Liebe und Mitgefühl. Und es ist ein Weg, seine schöpferische Kraft zu entwickeln. Das kennen Sie alle. Das ist die humanistische Psychoanalyse. Gut. Und dann schließt Fromm noch an, es ist ein Weg zur Herstellung von Wohlbefinden. Das lässt sich psychologisch überein verstehen mit dem, was Sie heute Morgen auch schon gehört haben, mit dieser Verwirklichung des ganzen Menschen, mit der Überwindung von Subjekt und Objekt, mit der Herstellung, ich würde sagen, des Gefühls, obwohl das sagt Fromm nicht, dass da hinten, hier sieht man ja gerade kein Wasser, da nehmen wir diesen herbstlichen Baum, da hinten steht der herbstliche Baum. Und Suzuki und Fromm sagen, wenn denn dieser Weg der Erleuchtung vollzogen ist, dann sehe ich keinen Unterschied mehr zwischen mir und dem Baum und habe diesen Subjekt-Objekt-Dualismus überwunden. Das ist das, was Fromm in diesem Aufsatz hier schreibt, in Anlehnung an Suzuki. Und er schreibt, dass er wesentliche Parallelen zwischen Zen und Psychoanalyse gefunden hat. Beide streben Einsicht in die eigene Natur, hatten wir jetzt schon gesagt. Verwirklichung von Freiheit, habe ich auch schon gesagt. Glück und Liebe, Freisetzung von Energie, das ist diese schöpferische, und Erlösung von geistigem und körperlichem Sichtum, also die Heilung. Und er sagt weiter, damit basieren beide auf den gleichen ethischen Prinzipien, das ist ein bisschen komisch, weil Suzuki sagt gar nichts von Ethik, nämlich die Überwindung von Gier. Und das bezieht sich auf die vier buddhistischen edlen Wahrheiten. Welt besteht aus Leiden, Leiden muss abgeschnitten werden, der Weg dahin ist der achtfache Pfad. Also das übernimmt Fromm von Suzuki, obwohl Suzuki das auch gar nicht so stark macht, das übernimmt er aus dem Buddhismus. Und dann die Fähigkeit, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln, das hatte ich bereits am Anfang infrage gestellt. Soweit die Zuschreibung von Erich Fromm. Was ist nun von diesen Zuschreibungen zu halten? Und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, dem Zen-Buddhismus in Japan. Bilder und Statuen von Praktizierenden und wie wir hier sehen von Buddhas, die ruhig mit gekreuzten Beinen auf einem Kissen sitzen, begegnet man heutzutage zuhauf. Ich habe das leider abgeschnitten, aber ich glaube Amazon gibt mehr als tausend Ergebnisse, wenn man das eingibt. Nach allgemeinem Verständnis zeigen diese Bilder und Statuen die zentrale Praxis des Buddhismus, die sitzende Meditation. Diese Sitzpraxis soll zur Erleuchtung von Buddha Shakyamuni geführt haben. Nun haben philologische, philosophische, psychoanalytische, theologische Schriften und Studien buddhistischer Texte, die im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte unternommen wurden, gezeigt bzw. uns davon überzeugt, dass diese Praxis als eine individuelle Methode der Introversion und Konzentration zu verstehen ist, sodass es mittlerweile nahezu unmöglich geworden ist, diese Praxis nicht als Meditation aufzufassen. Doch schauen wir uns den japanischen Kontext genauer an. Der Buddhismus wurde im 6. Jahrhundert nach Japan eingeführt. Dabei sind zunächst einige Schulen entstanden, Nada und Nada-Schulen und die Schulen des esoterischen Buddhismus und im 13. Jahrhundert kamen dann verschiedene andere Schulen, unter anderem die ersten beiden Zen-Schulen hinzu. Das Besondere oder das Wichtige ist nun, dass der Buddhismus nach Japan eingeführt ist, nicht als eine individuelle Heilslehre, sondern der Buddhismus war ein wichtiger Garant von Ritualen für den Schutz, den Frieden und den Wohlstand des Staates. Und er wurde eingeführt, um die gesellschaftliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Man sagt so schön, und das lässt sich auf ganz viele religionsgeschichtliche Kontexte übertragen, wie die zwei Flügel eines Vogels haben sich Religion, in diesem Fall Buddhismus und Staat, wenn man denn im modernen Sinne von Staat sprechen kann, also die Macht ergänzt. Es war keine individuelle Heilsmethode. Entstanden sind, wie gesagt, die zwei der drei Zen-Schulen, Rinzai, Soto und Obaku heißen die. Suzuki hat seine Erfahrung gemacht als Laien-Buddhist in Rinzai-buddhistischen Tempeln. Und ich beziehe mich heute, weil es einfach noch müh besser erforscht ist, vor allen Dingen auf Forschung zum Soto-Buddhismus. Aber man kann sagen, dass die Rinzai und Soto sich in ganz vielen Punkten ganz ähnlich sind. Nur die Obaku-Schule ist ein bisschen anders. Die lassen wir heute völlig raus. Dogen ist einer der Patriarchen der Soto-Schule. Und er gründete den ersten japanischen Tempel mit einer Haupthalle, in der die Mönche gemeinsam lebten und Sazen praktizierten. Und noch mehr der Deutlichkeit halber, das, was im Allgemeinen im Buddhismus als Meditation bezeichnet wird, findet sich im Zen-Buddhismus als Sa-Sen, es übersetzt sich als stilles Sitzen, wieder. Nun haben diese verschiedenen Schulen in Japan seit ihrer Einführung alle um die Gunst der Staatlichen, derjenigen, die mächtig waren und Geld hatten, gebuhlt, Unterstützung zu bekommen, damit sie Tempel und Pagoden bauen und Mönche unterstützen können. Und sie haben das gemacht, indem sie behauptet haben, unser Weg des Buddhismus ist am besten. Und die Schulen des esoterischen Buddhismus, wenn sie esoterischer Buddhismus, das ist das, was man über Tibet als tantrischen Buddhismus bezeichnet, die sagen, man kann die Erleuchtung finden durch Mandalas, durch Mudras und durch ganz bestimmte Handhaltung und durch Mantras, wie zum Beispiel Om. Und die Zen-Buddhisten nun sagen, wir können diesen Buddhismus und die Buddhaschaft verwirklichen durch das stille Sitzen. Und deshalb spreche ich so viel über dieses Zen, weil das die Meditation ist, aus der sich dann auch die fraumschen Achtsamkeitspraktiken ableiten. Und das ist, was jetzt in den Mittelpunkt gestellt wird, wenn es um ein Verständnis des Buddhismus geht. Und Dogen war jetzt der Erste, der so eine Halle gegründet hat, wo die Mönche zur Verwirklichung der Buddhaschaft, beziehungsweise zur Aufführung der Verwirklichung der Buddhaschaft, dieses Sazen praktiziert haben. In Dogens Schriften gibt es keine individuellen Berichte von Praktizierenden, sondern seine Forderung nach Nichtdenken kann als Versuch interpretiert werden, psychologische Prozesse und individuelle Reflexionen, die während der Praxis dieses stillen Sitzens auftreten können, auszuschalten. In Dogens berühmten Fukan Sazengi, das sind Anleitungen, die beste Übersetzung ist allgemeine Ratschläge über die Prinzipien von Sazen, also die Prinzipien dieses stillen Sitzens, wird nicht und zwar überhaupt nicht auf persönliche Erleuchtungserfahrungen eingegangen. Also das, was später D.T. Suzuki als zentralen Aspekt des Zen-Buddhismus beschrieben und popularisiert hat, das kommt gar nicht vor bei Dogen und es kommt auch bis zum 19. Jahrhundert nicht vor. Dogen gibt stattdessen detaillierte Anweisungen zur korrekten Durchführung dieses stillen Sitzens. Hier den Anfang des Zitats lese ich Ihnen vor. Wir sollten unsere Kleidung locker, aber ordentlich tragen. Wir legen die rechte Hand auf den linken Fuß und die linke Hand auf die rechte Hand. Also er beschreibt hier die Einnahme einer Lotus-Zeitung, wo die Beine jeweils auf dem gegenüberliegenden Oberschenkel sind und er beschreibt die Einheit dieses kosmischen Mudras, was Sie wahrscheinlich von Fotos kennen. Die Spitzen unserer beiden Daumen berühren sich, wobei der Daumen über dem Nabel platziert werden sollte. Man sollte aufrecht sitzen und er schreibt weiter, dass unsere Scheitel sollen nach oben gerichtet sein, wir sollen die Schultern runter machen, wir sollen die Zunge an den Gaumen legen und jede Menge weiterer detaillierter Anweisungen, wie man zu sitzen hat. Und diese Anweisungen veranschaulichen die Bedeutung des Körpers für Dogen und seine Betonung des physischen Akt des Sitzens. Budologen und Japanologen und Religionswissenschaftler haben gezeigt, dass Dogens Konzept von Sazen weniger als ein psychischer, sondern viel mehr als ein physischer Akt zu verstehen sind. Dogen betont die chinesische Can, also Zen-Genealogie und Orthodoxie, sowie die Übertragung von Meister zu Schüler. Das hatte ich ja schon gesagt, das ist einer der wichtigsten Dogmen des Zen. Und diese Übertragung ermöglicht es den Praktizierenden, den Akt des Sitzens als Teil ihres erleuchteten Seins auszuführen, das sie mit dem Buddha und dem Patriarchen teilen. Also durch die Einnahme dieser exakt gleichen Haltung, die Shakyamuni zugeschrieben wird, manifestieren die Zen-Priester, Äbte und Mönche die Erleuchtung. Nochmal, Dogen propagiert keine psychische Übereinstimmung mit dem ewigen erleuchteten Geist, sondern eine physische Nachahmung historischer Instanzen erleuchteten Verhaltens. Laut Dogen können Praktizierende also durch die perfekte Ausführung dieses Sazen, dieses stillen Sitzens, die Erleuchtung performativ manifestieren. Sie können es in ihrem Körper zum Ausdruck bringen. Sie ahmen dabei etwas nach, das laut der buddhistischen Orthodoxie bereits verwirklicht ist. Und das hier ist der ganz wichtige Punkt. Sicherlich haben viele Praktizierende von Sazen, also dieser sitzenden Meditation, wie man sie heute nennt, in vormodernen Zeiten und auch im gegenwärtigen Japan und auch in China und in Taiwan, wo das auch gemacht wird, und in Vietnam und in Korea, eine ganze Reihe unterschiedlicher Erfahrungen mit dem Sazen gemacht. Und sicherlich haben sie auch die unterschiedlichsten Zuschreibungen und dabei können wir auch, haben sie auch, finden natürlich, finden auch psychische Prozesse statt. Diese individuellen Zuschreibungen können jedoch aus normativer Sicht vernachlässigt werden, sie gelten als unerwünscht. Die Erleuchtung ist keine Angelegenheit privater Heilsuche. Die Gefühle und Erlebnisse, die der Zen-Mönch bei der Erleuchtung hat, werden in traditionellen Texten nicht ausführlich behandelt. Im Gegenteil. Traditionelle Quellen warnen davor, sich allzu intensiv mit den eigenen Gefühlen und mit diesen ganzen psychischen Vorgängen und auch mit dem Streben nach der eigenen Erleuchtung zu beschäftigen. In traditionellen chinesischen und japanischen Schriften, und das sind die Schriften, die vor allen Dingen Chan und die Zen, Chan ist das chinesische für Zen, die Chan und die Zen-Tradition bestimmen, finden wir noch nicht mal Begriffe für unser Verständnis von Erlebnis oder Erfahrung. Das sind moderne Begriffe, die in Japan im ausgehenden 19. Jahrhundert geprägt worden sind. Der Zustand der Erleuchtung ist kein privates Erlebnis, sondern ein Zustand, der die Autorität der Priester und der Institution des Zen sichert. Ist nun diese Performance treffend als Meditation zu bezeichnen. In Handbüchern und auch im öffentlichen Verständnis findet man oft die Idee einer bewussten Beobachtung eines vorgestellten Objekts. Und dieser Akt soll, und das finden wir dann ja auch bei Suzuki und bei C.G. Jung und bei Erich Fromm und bei und in dem heutigen, man kann fast sagen industriellen Komplex, diese Verbindung von Buddhismus und Psychotherapie, da soll das also, soll zu einer Veränderung der kognitiven, sinnlichen und emotionalen Wahrnehmung der meditierenden Personen führen und somit diese Transformation des Bewusstseins, von der heute so viel die Rede ist und der Erfahrung der Person bewirken. Das finden wir aber im traditionellen Kontext nicht, weder in Japans Vergangenheit noch in den japanischen Schulen der Gegenwart. Und deshalb bezweifle ich, beziehungsweise ist zu bezweifeln, ob die Vorstellung im japanischen Buddhismus als eine Nachahmung der Erleuchtung Buddhas, ob das übereinstimmt mit dem, was heute als Meditation, als Meditation bezeichnet wird. Wozu haben die Mönche und Nonnen und Priester und Äbte nun dieses Sazen aufgeführt? Und da komme ich zu dieser Materialität und der Praxis von Religion. Die asketischen und sehr strengen Verfahren, die den Akt des stillen Sitzens umgaben, trugen dazu bei, den religiösen, aber auch den sozialen, den gesellschaftlichen Status der Tempel zu sichern. Die allgemeine Furcht, oder nein, ich beginne mit einem Zitat an einem gegenwärtigen Kloster in Japan, wo man durch die Ecke gucken kann, um die Ecke gucken kann, nicht durch die Ecke, um die Ecke gucken kann und dann sieht man diese Mönche in diesem stillen Sitzen und dann hört man verschiedene Klanginstrumente und dann stehen die alle auf und dann wird eine Sudrin-Tanz aufgeführt und dann sitzen sie wieder und fahren fort mit dem Sazen und ganz viele Leute sind zum Kloster gekommen. Warum gehen Menschen zum Kloster oder zum Tempel in Japan, zum Tempel, meistens im Zusammenhang mit Begräbnissen, aber zu Klöstern, wo dann Sazen praktiziert wird, um diesseitigen Nutzen zu erhalten. Und die Vorstellung dahinter ist, ich bin noch nicht bei meinem Zitat, die Vorstellung dahinter ist, dass durch die Aufführung diese physische Nachahmung der Haltung Buddhas während er Erleuchtung erfahren hat, dass dadurch die religiös wirksamen Kräfte, die dem Buddha Shakyamuni und allen Buddhas und dem Buddha Dharma zugeschrieben werden, die werden damit auf den einzelnen Priester übertragen. Sie haben vielleicht, wenn Sie mal ein Ritual gesehen haben, gesehen, wir haben diese Ausstülpung auf dem Scheitel von Buddha Shakyamuni als Hort der Kraft, weil er sich da besonders, anyway, warum. Und hier wird die Kraft hergeholt. Und wenn die Mönche jetzt Sazen praktizieren, dann werden sie auch habhaft dieser religiös wirksamen Kräfte und die können dann umgesetzt werden in diesseitigen und jenseitigen Nutzen, also Glück in der Liebe und was man sich alles so wünscht, wenn man zu religiösen Orten geht und das Ganze betrachtet distanziert von dieser Idee der Transformation und persönlichen Erfahrung. Ich sag das doch nochmal ordentlich, also Erfolg im Geschäft und die Hilfe bei schlechten zwischenmenschlichen Beziehungen und in Japan kann man alles Mögliche, in China, in Taiwan auch und anderen ostasiatischen Bereichen und anderen asiatischen Bereichen. Man kann auch Glück bei Fernreisen und Gegendemenz und alles Mögliche können sie bekommen. Und als ich an diesem Kloster war und diese gewaltige Zeremonie stattgefunden hat, dann haben die Leute, die da mit mir unterwegs waren, die haben gesagt, ja die Uterra Santaci, also die Leute am Tempel, die werden es schon richten. Die kriegen für uns die Kraft, sodass uns geholfen wird. Und das liegt im Wesentlichen an dieser Performance des Sazen, die eine große Überzeugungskraft ausstrahlt für die religiösen Akteure und sie damit also ihren Stand sichern konnten, Ritual zum Wohle und Schutz des Staates und für diesseitigen und jenseitigen Nutzen durchzuführen. Studien haben nun gezeigt, dass es immer nur eine kleine Gruppe von Mönchen ist, die dieses Sazen praktiziert und zwar, auch das ist am Ende vielleicht ein bisschen enttäuschend, es gibt ja eine Hierarchie der Mönche und diejenigen, die ganz unten in der Hierarchie standen, die mussten also stundenlang sitzen, es geht nämlich fürchterlich auf die Knie und die waren also entweder zum Sazen oder als Soldatenmönche eingeteilt. Lassen wir das Thema der Soldatenmönche im Sazen-Modismus für heute bei diesem Punkt. Für die Gegenwart, also seit 1945, gibt es auch verschiedene Studien. An den wenigsten Tempeln wird Sazen praktiziert, meistens nur an den Klöstern, wo die Leute kommen und schauen oder während der Ausbildungszeit. Und damit komme ich zu meinem dritten Teil. Wie ist es nun zu den gewaltigen Umdeutungen gekommen, die wir bei Erich Fromm und einer Fülle weiterer Apologeten des modernen Zen-Buddhismus finden? Die modernen Zuschreibungen und Interpretationen um den Zen-Buddhismus sind in weiten Teilen auf DT Suzuki zurückzuführen. Er hat gewissermaßen den modernen Zen erfunden. Er reagierte mit seinen affirmativen Schriften auf die abschätzige Haltung vieler zeitgenössischer Orientalisten, weil Menschen in Europa Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts und zuweilen sogar bis heute, na ganz wenig nur noch, der Ansicht sind, dass der wahre Buddhismus im Südost und Südasien ist, weil da wurde ja der Palikanon überliefert und das sind gewissermaßen, das sind die Schriften, die direkt sagen sollen, was Buddha Shakyamuni gesagt haben soll. Und das fand Suzuki blöd und deshalb hat er den Mahayana-Buddhismus, Zen gehört zum Mahayana-Buddhismus und später den Zen-Buddhismus so propagiert. Hier nochmal die Ideen von Suzuki über Zen. Der Zen führt zu einem Leben der Freiheit und Selbstbefreiung. Die eigentliche Schulungsart des Zen besteht darin, jede Wahrheit persönlich zu erfahren, ohne irgendeine verstandesmäßige, systematische oder theoretische Lehre. Zen ist eine Mystik eigener Art und persönliches Erleben ist alles beim Zen. Charakteristisch für diese persönliche Erfahrung ist die Identifikation von Subjekt und Objekt. Denken Sie an den Baum. Und schließlich deutet Suzuki immer wieder an, dass das, was im psychologischen Sinn als Unbewusstes bezeichnet wird, auch im Zen-Buddhismus eine wichtige Rolle spielt. Vergleichen wir nun die Zuschreibung von Suzuki mit der Lehre und Praxis des Buddhismus in der Geschichte und Gegenwart Japans, so wird ganz schnell deutlich, dass Suzuki eine völlig neue Variante des Zen geschaffen hat. Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass Suzuki mit dieser Variante so etwas wie eine neue Religion des Zen-Buddhismus hervorgebracht hat. Und dabei greift er auf typische westliche Idealisierung von Religion und Mystik zurück. Und daher hier jetzt ein kleiner Exkurs zum Begriff der Mystik. Die Begriffe Mystik und Mystizismus wurden um die Wende 19. zum 20. Jahrhundert im Westen und in Asien unter Intellektuellen populär. Mit dem Begriff der Mystik wurde eine Spielart von Religion bezeichnet, bei der die persönliche Erfahrung eines als transzendent vorgestellten Zustandes oder einer Entität im Mittelpunkt steht. Also man hat sich vorgestellt, dass es darum geht, persönlich zu erfahren ein Inneres, das dann entweder selbst als spirituell oder in Verbindung stehend mit etwas Spirituellem vorgestellt wird. Beweggründe hierfür waren die, es gibt so viele, die wachsende Kritik an institutionalisierten Religionen, der Rationalismus, der ganz viel Bibelkritik durchgeführt hat, die Unzufriedenheit mit dem Christentum oder auch das Bemühen. Die sogenannten Weltreligionen, da hat man ja immer mehr Erkenntnis gehabt und der ganze 19. Jahrhundert mussten sich die Europäer irgendwie zu der Tatsache verhalten, das ist vorher auch schon, aber besonders da, dass es auf der Welt ganz viele verschiedene Religionen gibt und die musste man irgendwie in den Griff kriegen und dazu wurde der Begriff der Mystik verwendet. Die Ansicht setzte sich durch, dass alle Religionen Varianten eines ursprünglichen Glaubens konstituieren. Das wird auch ganz häufig, denken Sie an Huxley, als Philosophie, als Perennial Philosophy oder Perennial Religion, also wiederkehrende, immerwährende Religion bezeichnet. Und die wichtigste Idee bei dieser wiederkehrenden Religion ist, dass die ganzen Dogmen und Institutionen und Architekturen und Praktiken, die vielfältigen der Religionen der Welt, dass das alles nur unterschiedliche Ausformungen des einen gemeinsamen Wegs der Religion sind, nämlich mithilfe geeigneter Praktiken zu diesem als spirituell vorgestellten Selbst vorzudringen. Diese Zuschreibung nun an Religion ist modern und wie das Beispiel des Zen-Buddhismus zeigt, ist es irreführend, diese Zuschreibungen auf vormoderne Kontexte zu übertragen. Die Idee, dass im Mittelpunkt von Religion persönliche Erfahrungen stehen, setzt das Konzept eines modernen Subjekts voraus und das ist ebenfalls modern oder entwickelt sich erst seit der Romantik. Und die Idee, dass es ein psychisches Erlebnis von Religion ist, was Religion zugrunde liegt, geht vor allen Dingen auf William James, naja Schleiermacher auch schon, aber popularisiert wurde es dann seit dem, seit Beginn, seit Ende des 19. Jahrhunderts. Kulturwissenschaftler wie, jetzt habe ich eine, doch da ist sie, Kulturwissenschaftler wie beispielsweise Richard King und Grace Janssen, werden nicht müde zu betonen, dass ein Verständnis der Mystik, das strikt psychische Zustände im Blick hat, fehlgeleitet ist, Zitat Janssen. Denjenigen, die gemeinhin als Mystikerinnen oder Mystiker bezeichnet werden, also zum Beispiel Meister Eckart oder Hildegard von Bing, ging es weniger um diese psychischen, soweit wir das erforschen können, weniger um diese psychischen Zustände, sondern vielmehr um Gerechtigkeit, Befreiung, es ging ganz viel um Politik, vor allen Dingen bei den weiblichen Mystikerinnen und es ging um die Erforschung der sprachlichen Möglichkeiten, das mitzuteilen, was sie von den Reichen, was sie von der reichen Mannigfaltigkeit Gottes von dieser Unbegreiflichkeit ausdrücken wollten. Es ging nicht um psychische Erlebnisse und schon gar nicht darum, mithilfe der eigenen Emotionen neue Wahrheiten herbeizuführen, denn erstens wäre das unheimlich gefährlich und zweitens, wie wir beim Zen-Buddhismus gesehen haben, die Wahrheit ist von Buddha Shakyamuni bereits erkannt und kann nicht neu gefunden werden. Sie kann nur manifestiert werden und für die Mystikerinnen und Mystiker des Mittelalters steht die Existenz Gottes selbstverständlich fest und auch hier gibt es nichts Neues zu entdecken. Suzuki nun, hier ist der junge Suzuki, lernte den Buddhismus aus der Perspektive eines Laien kennen am Enlyakuchi in der Nähe von Tokio und er wurde mitgenommen aus Weltparlament der Religionen und er kann genial, nein das ist wertend, er kann sehr überzeugend formulieren und hat ein großes Talent für die englische Sprache gehabt und deshalb wurde er nach Amerika geschickt und wurde der Assistent von Paul Karus, das ist ein Philosoph, der lehrt die Vereinbarkeit von Religion und Wissenschaft und während seiner Zeit in den USA, in den frühen, im frühen 20. Jahrhundert wurde Suzuki nachhaltig beeinflusst von westlicher Philosophie. Ich war total geflasht wie viele andere auch, als ich angefangen habe, mich mit Suzuki zu beschäftigen. Sein erstes Werk auf Japanisch ist eine Übersetzung der Texte von Emanuel Swedenborg. Also er wurde hereingerissen in Spekulationen über die Mystik und er war ganz stark und auch familiär verbandelt mit der Familie von William James. William James ist der mit der Idee der religiösen Erfahrung und schließlich der Theosophie. Die Theosophie ist wahrscheinlich die berühmteste Formation, die diese Suche nach dem ewig gleichen spirituellen Selbst in den verschiedenen Ausformungen der Religion der Welt sucht. Suzuki nun übernahm die Ideale der Romantik, insbesondere die Idee dieses tiefen Inneren Selbst sowie des liberalen Individualismus und präsentierte den Zen-Buddhismus im Rahmen dieser Paradigmen. Insgesamt haben wir es also mit dem paradoxen Umstand zu tun, dass zutiefst westlich geprägte Ideale von asiatischen Intellektuellen wie Suzuki aufgegriffen wurden. Und diese westlichen Ideale sind verstärkt als asiatische Konzepte wieder in den Westen zurückgekehrt und prägen das Bild des Buddhismus bis heute. Oder nochmals anders formuliert, dass westliche Intellektuelle wie Erich Fromm die Ideen von Suzuki so begeistert aufgenommen haben, resultiert im Wesentlichen daraus, dass Suzuki zutiefst westliche Paradigmen in asiatischem Gewand präsentiert. Und Erich Fromm wundert sich ja an einer Stelle darüber, dass die Ideen östlicher Religion viel kompatibler mit seiner Idee von Selbstsuche sind. Und das liegt genau an diesem Umstand. So ist es zu erklären, dass Suzuki's Zen im Westen einen so großen Reiz ausstrahlte. Statt leeren und klösterlicher Disziplin rückt Suzuki die persönliche Heilsuche und die persönliche Erfahrung in den Mittelpunkt. Suzuki betont, genauso wie Erich Fromm auch, das schöpferische Potenzial des Zen-Buddhismus. In seinen Schriften verweist er dabei auf sogenannte Zen-Kunst. Und er war maßgeblich daran beteiligt, die Trockensteingärten an japanischen Tempeln als Zen-Gärten zu främen. Also dieser Ausdruck Zen-Garten, das ist direkt eine Idee von D.T. Suzuki. Und was Sie also hier sehen, sind Imaginationen westlicher und auch asiatischer Wissenschaftler über den Zen-Buddhismus. Es ist wichtig herauszustellen, dass zwischen diesen Formationen, also der Kunst, der Landschaftsgärtnerei, auch der Tee-Zeremonie oder den Kampfsporttechniken, die Suzuki perfiderweise Kampfkunst nennt, zwischen diesen Formationen und dem Zen-Buddhismus in Japan besteht eine, wenn überhaupt, eine ganz, ganz lose Formation. Ja, okay, Sie können die verschiedene, die chinesische Landschaftsmalerei und auch diese von Pflanzen bereinigten Trockensteinlandschaften sind an Tempeln in Kyoto zu sehen. Doch die Mönche, Priester und Äbte schaffen die Kunstwerke nicht selbst, die werden in Auftrag gegeben. Oder das sind Schenkungen, weil man auf die Art und Weise rituelle Tugend erwerben kann. Die Priester denken sich auch die Trockensteinlandschaften nicht aus. Herr Bischof hat nicht erwähnt, aber ich sage es heute, obwohl ich es eigentlich gut fand, dass Sie es nicht erwähnt haben. Ich bin ja eigentlich von Beruf Gärtnerin und bin immer begeistert, wenn ich Landschaftsgärtner in Japan treffe und auch Priester. Und als ich am Anfang gefragt habe, ja, wie macht ihr das mit den Gärten? Die haben sich kaputt gelacht. Also das wird von Experten, von Landschaftsgarten-Experten gemacht. Die Priester kochen und putzen auch nicht. Sie sind viel mehr beschäftigt mit der Durchführung von Ritualen für diesseitigen und jenseitigen Nutzen. Und insbesondere die Priester in großer Tempel und Klöster sind mit Verwaltung und Management beschäftigt. In der Vergangenheit kamen ihnen große Bedeutung als Politiker und Diplomaten zu. Und in der Gegenwart haben sie ganz große Aufgaben als Manager des Tourismus und des Denkmalschutzes. Ah, hier, das sind die Süßigkeiten, die man, die überspringen wir jetzt. Kommen wir zu Kyoto. Das ist ein Rinzai-Zen-Kloster in Kyoto, der Myoshinji. Das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist auch der Hintergrund aller meiner Folien. Warum Tourismusmanager im Jahr 2023 besuchten 75 Millionen Touristen Kyoto? Zum Vergleich nach Frankfurt kamen fünf Millionen. Die meisten von ihnen besuchen einen der 1.600 Tempel und Klöster in Kyoto. 1.600, die sind alle hervorragend in Schuss. Und das ist eine gewaltige logistische und finanzielle Herausforderung. Und um auf mein Mittagessen in diesem schicken Restaurant zurückzukommen. Ich war nicht unbedingt überrascht, dass der Abt gestresst und nicht unbedingt zugänglich war. Weil das war ja für ihn eine Pflichtübung genauso wie für mich. Und es ging dabei nicht um ihn als Person und auch nicht um mich als Person, sondern es ging um das Treffen der Heiligen Schule des Nanzenji mit der Heiligen Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg. Da brauchte es dieses dreistündige Essen. Und damit komme ich. Ja, und das ist so viel zur schöpferischen Kraft. Das wird von Suzuki immer wieder erwähnt. Und das ist natürlich, und das begeistert Erich Fromm, weil das er seinen Punkt stärker macht. Damit komme ich zum vierten Teil. Einigen Wirkungen der Fromm'schen Narrationen. Fromm übernimmt die susukischen Interpretationen und wir haben gesehen, dass er den Zen-Buddhismus in psychoanalytischem oder psychologischem Vokabular interpretiert. Diese Übersetzung Zen-buddhistischer Lehren und Praktiken in psychoanalytische Sprache konstituiert ein wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Faktor. Bei der Einführung des Buddhismus im Westen unter dem Einfluss von Erich Fromm wurden und werden Meditationen und Buddhismus hauptsächlich in psychoanalytischen und psychologischen Begriffen gefasst. Erich Fromm's Schriften trugen gemeinsam mit den Schriften von vor allen Dingen C.G. Jung, aber dann auch Alan Watts und Herigel und vielen weiteren Apologeten dazu bei, die Praxis des Zen als eine Methode der Meditation anzusehen und die dafür eingesetzt werden kann, unbewusste, meist negative Zustände bewusst zu machen. Zen-Buddhismus transformieren sie dabei in eine Heilstechnik, den Menschen in seiner Ganzheit zu verwirklichen. Der Buddhismus wurde dabei, wie ich gezeigt habe, entmythologisiert, rationalisiert und psychologisiert. So und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, aber seien Sie vorsichtig, also seien Sie sanft mit mir. Diese Entwicklung hatte große Auswirkungen und zwar zunächst auf die Psychoanalyse und das sich anschließende Feld der Psychotherapien. Immer mehr Psychiater und Psychologen begannen sich für den Zen-Buddhismus zu interessieren und mittlerweile, das wissen Sie wahrscheinlich größtenteils, kann die Aufnahme buddhistischer Lehren und Praktiken als eine etablierte klinische Praxis angesehen werden, wie beispielsweise mein Freund Ira Helderman in diesem Buch, ich glaube von 2019, Prescribing the Dharma für die USA zeigt. Und wir haben gerade ein Forschungsprojekt bei uns am Institut in Heidelberg zur Rezeption buddhistischer Meditationspraktiken durch Psychotherapeutinnen in Deutschland. Da kann man ganz schön, also hier, wir kommen zu dem Schluss, beziehungsweise Reinhold Bienen kommt zu dem Schluss, dass selbiges auch für den deutschsprachigen Raum gilt. Die Synthese zwischen Buddhismus und Psychologie hat sich als überaus, überaus erfolgreich auf dem Buchmarkt, bei TED-Talks, auf dem Markt der Ratgeberliteratur erwiesen. Hier, ich habe nur ein Bild von Amazon, da sehen Sie allein die deutschsprachigen Ergebnisse zu Buddhismus und Psychotherapie, das ist ja schon so ein bisschen speziell mit Psychotherapie, ergeben 550 Ergebnisse. Mein Kollege Dimitri Okroporice aus Heidelberg nennt diese Synthese den religiotherapeutischen Komplex. Ich spreche lieber, nicht ich, ich spreche lieber von der Psychotherapie als Religions-, also von der Psychotherapie, die buddhistisch inspiriert ist, als religionsanaloger Formation, da die Psychoanalyse beziehungsweise Psychotherapie nach dieser Symbiose Prämissen aufnimmt, die auf transzendenten Annahmen beruhen. Die Verschmelzung von Suzuki Zen und Psychoanalyse zu einem individuellen Heilsweg als religionsanaloge Formation bringt nun einige Risiken und Nebenwirkungen. Schauen wir uns zunächst die Zuschreibung von Erich Fromm nochmal an. Suzuki's Verständnis ist geprägt von einer eher ausgeprägten, nicht eher ausgeprägten, Suzuki's Verständnis ist geprägt von einer ausgeprägten Dichotomisierung zwischen dem, was er als östlichen und dem, was er als westlichen Geist bezeichnet, also der Westen und Asien oder der Westen und der Rest der Welt, das kennen Sie. Fromm übernimmt die orientalisierenden Zuschreibungen, wenn er zum Beispiel vom krankmachenden Rationalismus des westlichen Menschen spricht und diesem krankmachenden Rationalismus das von ihm idealisierte Denken gegenüberstellt. Dazu sage ich eigentlich nur China. Ja, ernsthaft, wirklich, Rationalität, können wir vielleicht noch darauf eingehen. Weiter hält er beispielsweise die Rationalität und den Realismus, beispielsweise des Tarotismus, aber auch des Buddhismus für Überlegen im Vergleich mit westlichen Religionen. Diese pauschalisierenden Imaginationen über den sogenannten Osten haben sich ebenfalls tief in unser Bewusstsein, also ich weiß nicht, ob von allen von uns, tief in das allgemeine Bewusstsein eingeschrieben, sowohl öffentlich als auch intellektuell und verhindern bis heute, dass wir uns realistisch mit den Gesellschaften Chinas, Japans und anderer asiatischer Länder und darüber hinaus auseinandersetzen. Fromm übernimmt von Suzuki seine vehemente Kritik westlicher Gesellschaften, westlicher Religion. Fromm beklagt, dass sich der westliche Mensch, Zitat, im Zustand schizuider Unfähigkeit befände, einen Affekt zu erfinden. Wirklich? Laut Fromm soll der westliche Mensch ängstlich, niedergeschlagen und verzweifelt sein. Bemerkenswert und nachdrücklich von der Hand zu weisen, ist zum einen die pauschale Kontrastierung zwischen dem als solchen angesehenen westlichen Geist und dem Rest der Welt. Und zum anderen stellt sich die Frage, ob Fromms Klage, dass die Menschen im Westen keine Affekte empfinden können, sich auf Menschen oder, Sie können sich denken, was ich sagen will, vielleicht nur auf Männer bezieht. Aus geschlechtsspezifischer oder geschlechtsspezifisch analytischer Perspektive muss angemerkt werden, Kate Bonahon, es gibt tolle neue Publikationen, dass bei Frauen in der Regel und global Gefühle der Liebe und des Mitgefühls sowie der Impuls für Fürsorge zu schenken, zu beobachten sind. Angesichts der wachsenden, und ich finde es irre, dass die Frauen jetzt lachen und die Männer gucken bedrückt, also nicht alle, aber komisch. Angesichts der wachsenden Kritik, manche Kommentatoren sprechen gar von Verachtung und Hass der westlichen Zivilisation im Westen selbst, spätestens seit dem 7. Oktober, die wir zurzeit beobachten, erhebt sich auch die Frage, und das finde ich ist ein gruseliger Gedanke, das ist mir jetzt erst bei der Vorbereitung dieses Vortrags aufgefallen, ob die Wurzeln dieses Selbsthasses nicht vielleicht auch in diesen dichotomisierenden Tendenzen der Asien- und Buddhismus-Rezeption liegen. Schauen wir weiter auf die Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert, so stellen wir fest, dass unsere Zeit beherrscht wird von der Vorstellung der Existenz eines individuellen Selbst. Und ich sage Ihnen gleich, ich bin nicht sicher, ob es das gibt. Die wirkmächtigste Vorstellung unserer Zeit lautet, dass die Menschen einen heiligen Wesenskern haben, das sind die wichtigsten Thesen, beispielsweise von Charles Taylor und von Eva Illus. Der israelische Historiker Yuval Harari, ich bin ein großer Harari-Fan, das neue Buch Nexus ist ganz toll, also ich bin bis zur Hälfte durch. Also Harari nennt den Glauben an die Existenz eines inneren Selbst die wichtigste neue Religion der Moderne und der Glaube an die Menschenrechte. Dieser neue Glaube, meine ich, wurzelt unter anderem in der Symbiose zwischen Zen oder Buddhismus und Psychoanalyse und Psychotherapie. Da diese Symbiose die Annahmen eines inneren Selbst, das wir alle haben sollen, naturalisiert und sakralisiert. Im traditionellen japanischen Kontext dient das Sazen zur Herbeiführung von diesseitigen und jenseitigen Nutzen. Also die Menschen können auf eine transzendente, eine vorgestellte transzendente Instanz vertrauen, wenn sie Probleme haben und traurig sind und Konflikte haben und Krisen. Während in der frommschen oder der psychoanalytischen oder der psychotherapeutischen Variante die Menschen immer und immer wieder auf ihr Selbst zurückgeführt werden und nicht nur das, dieses Selbst selbst wird sakralisiert. Die Begegnung mit einer transzendenten Macht wird nicht als Mittel zum Zweck angesehen, sondern als erreichbarer Zustand an sich. Was für eine Anstrengung, was für eine Herausforderung. Wir müssen uns alle als heilig oder als spirituell oder wie auch immer empfinden und damit auch noch unsere Probleme alleine lösen. Das ist also das, was als Neoliberalismus oder auch als Hyperindividualität bezeichnet wird. Und ich meine also vor diesem Hintergrund, dass die religionsanaloge Formation der Psychotherapie, die Erich Fromm und andere mit vorangetrieben haben, weitreichende Konsequenzen für unsere Gesellschaft hat. Diese Spielart einer Religionsanalogie oder auch einer Psychologie oder auch einer Psychoanalyse oder auch des Zen-Buddhismus verstärkt und legitimiert die Therapeutisierung der Gesellschaft. Und die muss sich ja in letzter Zeit sehr kritische Fragen gefallen lassen. Zum einen diese lange Diskussion, dass politische und gesellschaftliche Umstände für individuelles Leiden ausgeblendet werden. Das steht, wie ich finde, in einer überzeugenden Linie mit dem, was die Kulturwissenschaftler an der Mystikrezeption so kritisieren. Sie sagen nämlich, dadurch, dass die Mystik so etwas wird, was individuell etwas mit unserer eigenen individuellen Psyche zu tun hat, werden wiederum die politischen, die Herrschaftskämpfe des Mittelalters und überhaupt das Öffentliche wird ausgeblendet und wir werden auf das Private zurückgeworfen. Kritiker an dieser Therapeutisierung, ich habe hier nur drei etwas ältere, McGee über South Hope und dieses berühmte Buch von Moskowitz über die Übertherapeutisierung und von F.A. Illus hätte ich eigentlich alle Bücher nennen können, aber hier, wer sich interessiert, die Errettung der modernen Seele. Es wird noch schlimmer. In der letzten Dekade mehren sich immer mehr Stimmen, die sagen, dass die Psychokrise, die wir zurzeit beobachten, also in den USA sollen Jugendliche zwischen 16 und 25, mittlerweile 70 Prozent sollen entweder mal einen Therapeuten gesehen haben oder in therapeutischer Behandlung sein und die Therapeuten unter Ihnen wissen, und vielleicht alle anderen auch, dass diese Entwicklung auch im deutschsprachigen Raum zunimmt. Dafür gibt es sicherlich jede Menge Gründe, aber ein Grund, zu sagen, zumindest Jesse Singel und Abigail Schreier, ist auch die Therapeutisierung der Gesellschaft selbst. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Kehren wir zu meinem Vorschlag dafür zurück, was unter Religion zu verstehen ist. Ich hatte gesagt, religiöse Diskurse und Praktiken, die sich auszeichnen durch einen Bezug auf etwas Jenseitiges. Sie haben ein Potenzial der transzendenten Aufladung. Diese transzendente Aufladung hat verschiedene Dynamiken und eine Dynamik ist nun, ich lese das nochmal vor, ganz langsam, der Preis für die analytisch als transzendent bezeichnete Dynamiken ist, dass sie die Realität im Namen der ihnen zugrunde liegenden transzendenten Instanzen oder Ordnung verschleiern. Nach Hannah Arendt können, äh, wohnen, nein, das ist Hannah Arendt und meine Erweiterung ist, religiösen Dynamiken wohnt daher das Potenzial zur Weltverneinung Ende. Also, wenn ich sage, ähm, dass es nur pinkfarbene Äpfel gibt, ist meine Wahrheit. Und alle müsst ihr jetzt Rituale durchführen und, ähm, Dogmen und Sutren rezitieren und Mantren singen und immer sagen, Äpfel sind pink, Äpfel sind pink. In dem Moment, wo ich das von ihnen allen verlange, blende ich die, blende ich alle anderen Weltwahrnehmungen aus, nämlich, dass sie auch orange oder grün oder kariert oder wie auch immer sind. In dem Sinne sind, haben religiöse Lehren, Praktiken und Materialitäten das Potenzial zur Weltverneinung. Die, ähm, diese Dynamiken wirken meines Erachtens auch im Zusammenhang mit der Symbiose von Zen und Psychoanalyse oder Therapie. Ähm, in die religiösen Dynamiken verschleiern die orientalisierenden und androzentrischen Tendenzen der Symbiose zwischen Zen und Psychoanalyse. Entstanden ist eine Hyperindividualität, die zunehmend die Möglichkeiten, liberaler Demokratien in Schwierigkeiten bringt. Das kann ich nicht ausführen, dann kriege ich Ärger. Und, ähm, zudem für eine Emotionalisierung vieler Debatten unserer Gesellschaften sorgt. Hier sage ich aber schon, wie wir im Vokismus in der Social Justice Bewegung sehen. Und, ähm, wir können argumentieren, dass das Hand in Hand, dass das Hand in Hand schreitet mit der Therapeutisierung der Gesellschaft, mit diesen Beharren auf dem Inneren selbst, egal was das Innere selbst ausdrücken will, dieser psychologische Expressionismus, den wir haben, der, ähm, der, der, äh, zu dieser Hyperindividualität geführt hat. Schließlich trägt die Symbiose zwischen Zen und Psychoanalyse zusammen mit anderen Faktoren zu dem positiven Image von Religion bei, das weit Teile der öffentlichen und intellektuellen Debatte dominiert. Und, ähm, symptomatisch hierfür ist die Haltung, äh, westlicher liberaler Wissenschaftler, Journalisten und Politiker, die Religion für liberal, inklusiv, pluralistisch und feministisch halten. Das ist nicht der religionsgeschichtliche Normalfall. Und damit komme ich ganz kurz, Herr Bischof, bin sofort fertig, äh, auf die Mystik zu sprechen. Die Entwicklung der Zuschreibung an die Mystik und die affirmativen Assoziationen mit Religion, die der Begriff hervorruft, also wenn wir Mystik hören, dann, äh, oder wenn wir Religion hören, ganz viele, oder wir haben das auch, äh, Statistik, wir haben das auch empirisch belegt, dann denken, huh, äh, viele Leute gut und schön und das brauche ich für meine Selbstentwicklung und es ist gut für die Welt und interkultureller Dialog und, und so weiter und so fort. Ähm, die, 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 die Psychoanalyse und die Symbiose, zwischen Psychoanalyse und Zen, die überträgt diese positiven Assoziationen mit Zen, die Suzuki und der Buddhismus war überhaupt insgesamt unheimlich gut da drin, ein positives Image für sich zu schaffen. Und diese Assoziation zwischen Meditation, Spiritualität, ähm, östlicher Geist, ähm, die trägt zu diesem positiven Image bei. Was lange als Mystik galt, wurde absorbiert, das nur der Vollständigkeit halber durch den Begriff der Spiritualität und heute ist ja auch diese Suche mit den verschiedenen Praktiken der Welt nach einem inneren Selbst und was in einer Verbindung zu einem Aus, zu einem irgendwas spirituellen, nein, ich möchte das ordentlich formulieren, zu etwas spirituell Gedachten steht, das ist, äh, das, also der Begriff der Spiritualität hat den Begriff der Mystik in diesem Sinne ersetzt, also religiöse, Religiosität, die nicht institutionell gebunden ist und auf Innerlichkeit und die Entfaltung unserer Subjekte und den Ausdruck unserer Subjekte gerichtet ist. Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses von Mystik ende ich nicht mit einem Fazit, sondern mit einer Frage an Sie. Ähm, ich bin Laien, was das betrifft, aber soweit ich sehen kann, bei weiten Teilen der Psychoanalyse und Psychotherapie handelt es sich um wissenschaftlich gesicherte Methoden, die intersubjektiv nachvollziehbar und kommunizierbar sind. Aus meiner Sicht brauchen diese Verfahren keine Legitimation oder keine Verstärkung mithilfe religiöser Bezüge, nicht zuletzt, weil der Bezug auf religiöse Axiome, Praktiken und Materialitäten auch stets Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt. Wozu brauchen Psychoanalyse und Psychotherapie, also Buddhismus, Sembuddhismus, Mystik oder Spiritualität? Vielen Dank für den Vortrag. Ich fand ihn sehr spannend. Ich glaube, Sie auch alle. Da war einiges Neues dabei und deswegen gehe ich davon aus, dass auch Diskussionsbedarf besteht. Ich möchte jetzt, auch wenn wir drüber sind, doch noch die Zeit für direkte Rückfragen geben. Ja, nehmen wir dich zuerst. Dankeschön. Ja, erst mal vielen Dank für den Vortrag. Ich fand den auch sehr, sehr spannend und sehr lebendig. Es hat Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich nehme ganz viel Neues auch mit. Was ich noch fragen möchte, Sie haben ja die Gefahren von dieser Überindividualisierung und Übertherapierung deutlich aufgezeigt. Und ich denke schon, also ich sehe da schon, was Sie meinen und dass zu viel oder dass die Beschäftigung mit dieser Innerlichkeit, dass es wirklich auch dazu führt, dass man so die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse ausblendet und sich zu sehr auf sich selber besingt. Aber ich finde, gerade bei Erich Fromm kann man das ja nun nicht sagen. Denn Erich Fromm hat ja immer das Individuum gesehen im Zusammenhang und in der Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Erich Fromm war ein sehr politisch. Er hat ja auch sehr viel publiziert in dieser Richtung und er hat ja auch sich politisch sehr engagiert. Also gerade bei ihm sehe ich die Gefahr überhaupt nicht, sondern er hat ja da aus meiner Sicht eine sehr gute Balance gefunden zwischen einerseits Erkenntnis des Selbst, die eigene Selbsterkenntnis und eben auch die Frage nach den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Ja, vielen Dank für die Frage, weil es gibt mir Gelegenheit zu sagen, dass vielleicht müssen wir das, was er selbst dann für sich umgesetzt hat, von dem trennen, wie seine Schriften wirken können. Und das sind ja zwei verschiedene Themen. Und gerade er hat, nur weil jemand das selbst für sein Leben verwirklicht hat, heißt es ja nicht, dass die Wirkung seiner Schriften nicht doch anders erfolgen kann. Und diese Sakralisierung des Selbst, da würde ich dabei bleiben, auch wenn er das in seinem Leben nicht so gemacht hat, ist in der breiten Wirkung ein wichtiger Punkt. Zumal diese Sakralisierung oder die Naturalisierung dieses Selbst, die Forderung nach Stadt zu haben, zu sein, ist ja eine normative Forderung. Wenn das aber eingepackt ist in diese Suche nach einem Inneren und nach Ausdruck des Inneren, dann ist das perfiderweise kompatibel mit Marketing und Kapitalismus. Und auch mit dem Buddhismus, weil Buddhismus in Marketing ist ein ganz großes Thema, beispielsweise, also das haben Sie alle wahrscheinlich schon mal gesehen. Also würde ich Ihnen recht geben, klar, es gilt nicht für die Person und nicht für das persönliche Wirken, aber vielleicht für die Wirkung seiner Schriften, was ich heute gesagt habe. Ja, dann liegt es vielleicht auch, ja, Dankeschön, dann liegt es vielleicht auch daran, dass eben vor allem manche Schriften sehr populär geworden sind und andere vielleicht auch gerade nicht. Denn er hat ja auch sehr Marketing und Werbung und so, und den Kapitalisten, die kapitalistischen Zustände hat er ja alles sehr hinterfragt und kritisiert. Genau, und das ist so schön, dass Sie das sagen, weil, da kann ich nochmal meinen Punkt der Religion deutlich machen. Wir haben in den religiösen Lehren der Welt, beispielsweise, bleiben wir beim Buddhismus, ein Eintreten für Frieden und für die Gier abschneiden und für kein Fleisch essen, whatever. Und, nee, whatever ist ein bisschen schlecht ausgedrückt. Also für alle möglichen Idealisten, für alle möglichen ethischen Gebote, denen wir zustimmen würden. Das finden wir auch, aber das heißt ja nicht, dass das umgesetzt wird. Und genauso haben wir bei Fromm, das ist ja keine Beschreibung der Gesellschaft, sondern das handelt sich um eine Forderung. Es sind normative Schriften, die Ideale zum Ausdruck bringen. Und das ist umso schöner auch, dass Sie das fragen, weil auch beim Zen-Buddhismus und bei dieser Zen-Kunst und bei den Zen-Gärten und bei den Zen-Buddhistischen Weisheitskugeln und bei den Zen-Gärten, ich glaube, es gibt 300 verschiedene, nein 300, nicht, aber hundert verschiedene Variationen von Zen-Gärten bei Amazon zu verkaufen. Das ist ja nicht alles blöd. Das inspiriert ja die Menschen. Das kommt ja immer auf den Akteur an, wie er damit umgeht. Aber insgesamt, gerade weil dieses so unglaublich populär und so unglaublich stark rezipiert worden ist, führt, denke ich, in der Wirkung ist diese Therapeutisierung dabei stark. Und da fragt sich, ob es nicht auch Nebenwirkungen gibt. Danke schön. Wer hat noch eine Frage? Ja? Ich habe bei Karl Marx eine Anleitung zur Gotteserfahrung gefunden und wollte es mal kurz verlesen. Mir scheinen da Verbindungen zum Zen-Buddhismus vorhanden zu sein. Ich lese mal vor. Wer einen anschaulichen und keinen abstrakten Begriff von der heiligen Dreieinigkeit zu erlangen wünscht, dem kann ich nicht besser raten, als nichts zu träumen, bis er nicht eingeschlafen ist, sondern im Gegenteil zu wachen im Herrn und diesen Satz zu untersuchen, denn in ihm liegt der anschaulichen Begriff. Steigen wir zu seiner Höhe von unserem jetzigen Standpunkt über fünf Stufen entfernt, wie eine Wolke drüber hingelagert, so tritt uns das gigantische Nichts entgegen. Lassen wir uns hinab zu seiner Mitte, so erschrecken wir vor dem riesenhaften Nichts und senken wir uns in seine Tiefe, so versöhnen sich beide wieder harmonisch in dem mit aufrecht stehender kühner Flammenschrift entgegenspringenden Nichts. Vielen Dank für die Frage und ein überaus inspirierendes Zitat. Ich wäre vorsichtig mit voreiligen komparatistischen Stellungnahmen, weil ich hatte ja versucht zu zeigen, dass diese Sätze im Zen, ich sage nochmal, ich könnte den Eindruck erweckt haben, als wenn es im Zen-Buddhismus darum geht, eben dieses Nichts jenseits der Subjektualität und der Lehren und der Schriften zu verwirklichen. Im Zen-Buddhismus ist der größere Kontext dafür aber, und vielleicht ist es das in der mittelalterlichen Mystik auch, weiß ich nicht genau, ich bin ja selber komparatistisch, fernab der psychischen Vorgänge unter Beweis zu stellen, dass es etwas Größeres gibt als uns selbst und das will der Zen-Buddhismus ja vorantreiben, damit er Legitimität für seine Lehren und Anschauungen kriegen kann. Ich kenne jetzt den Kontext des Zitates nicht, aber Karl Marx ist ja nun eher religionskritisch und hier würde ich sagen, der Kontext ist eher Nihilismus und nicht das Nichts, um zu zeigen, dass eigentlich alles viel größer und schöner ist, als sich das der eigentliche Mensch eigentlich vorstellen kann. Vielleicht belassen wir es dabei. Okay, so ich habe jetzt mal ganz mystisch die Position im Raum gewechselt. Hier war, glaube ich, noch eine Frage. Ja, vielen Dank für Ihren sehr anregenden Vortrag. Mich würde noch mal interessieren, was ja auch sehr zur Popularität von Achtsamkeit und ähnlichen Meditationen beigetragen hat, ist das MBSR-Konzept von John Kabat-Zinn. Da würde mich interessieren, ob es da sozusagen auch, wie Sie das rekonstruiert haben, vielleicht auch so eine Verbindung oder so eine Tradition jetzt von Suzuki und Fromm, man das da rekonstruieren kann, ob das quasi auch dadurch beeinflusst wurde, was dann John Kabat-Zinn daraus gemacht hat. Also so ein westliches Verständnis von Zen-Buddhismus quasi. Also ob es eine, ob es eine, angesprochen wird, die MBSR-Therapie, Mindfulness Based Stress Reduction Therapy, kennen Sie alle Achtsamkeitspraktiken, geht zurück auf den besagten John Kabat-Zinn. Ich habe keinen Beleg, ob John Kabat-Zinn Erich Fromm gelesen hat. Sicherlich ist er aber sehr stark beeinflusst von dieser Symbiose zwischen Zen-Buddhismus oder Buddhismus und Psychologie und Psychoanalyse. John Kabat-Zinn hat die erfolgreichste buddhistisch inspirierte Religion überhaupt hervorgebracht, weil er sagt, egal wo Sie sind, wer Sie sind, was Sie sind, Sie müssen einfach nur innehalten und atmen. Und auf die Art und Weise wird sich eine Heilung einstellen. Das ist Religion sui generis, par excellence. Wenn ich also eine gestresste Mutter von vier Kindern bin und gerade einen Rentenbescheid gekriegt habe und zwei Kinder von mir sitzen geblieben, dann setze ich mich einfach hin und mache Achtsamkeitspraktiken. Was für ein Quart. Nein. Glauben Sie, dass das funktioniert? Es ist unwahrscheinlich und insofern sehe ich eine direkte Verbindung, weil es ist die, es ist wieder diese Beschwörung des Inneren Selbst und der Heilskraft dieses Inneren Selbst. Und das ist genau das, worum es in der Mystik, wenn es denn die Mystik gibt, nicht geht, sondern es geht um Gesellschaft und es geht um gesellschaftliche Bedingungen und um Politik und um Wirtschaft und um diejenigen, die Macht haben, herauszufordern. Und im Sennen geht es darum, die Verantwortung zu delegieren. Das geht es im mittelalterlichen Christlichen auch. Aber diese Fokussierung auf dieses Selbst und diese Überschätzung des Selbst, die finden wir auch bei John Kabat-Zinn. Und das ist genial, was man damit für ein Geld verdienen kann und was man da für Bücher für publizieren kann. Und nochmals und danke für die Frage. Also ich finde Achtsamkeitspraktiken toll. Gar keine Frage, aber ich habe auch gerade kein sitzen gebliebenes Kind und keine Rentennachzahlung, whatever, gekriegt. Also das muss man so ein bisschen austarieren. Aber super Frage. Vielen Dank. Apropos Frage. Wir haben jetzt noch dort eine und hier eine. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Also bitte ganz kurz halten. Ja? Ja, meine Frage, als Sie von den Trockensteingärten sprachen. Wovon? Von den Trockensteingärten. Ja. Ist mir der Gedanke gekommen, hat Suzuki mit seiner Zen-Umformung an die Praxis von Ikebana gedacht? Oder habe ich da was übersehen? Also Ikebana kommt bei Suzuki nicht vor? Oder doch? Nein. Nicht? Ich versuche da kurz drauf zu antworten. Spannender Komplex. Also, es gab mal eine ganz berühmte amerikanische Intellektuelle. Die hat in den 20er Jahren in Kyoto gelebt. Und die war begeistert von diesen Setzlingen in diesen Trockensteinlandschaften, die bis zum 20. Jahrhundert auch Bäume hatten. Also da waren auch Pflanzen drin. Aber da gab es ja noch Architekten, die haben gesagt, das machen wir mal anders. Und die war begeistert und hat darüber publiziert für amerikanische Zeitschriften. Und das war in Kyoto die Nachbarin von D.T. Suzuki. Und D.T. Suzuki hat zu ihr gesagt, na klar, das sind Zen-Gärten. Und so ist diese ganze hermeneutische Flexibilität dieser Zen-Gärten entstanden. Und Ikebana, die Frau von Eugen Herigel, Gusti Herigel. Herigel ist der mit die Kunst des Bogenschießens. Zen und die Kunst des Bogenschießens. Und seine Frau, die Gusti Herigel, die hat, ich glaube, in den 60er Jahren ein Buch veröffentlicht, Zen und die Kunst des Blumensteckens. Und bei, das wird ja hauptsächlich von Frauen gemacht, das kommt bei Suzuki nicht vor. Glaube ich nicht. Also weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich bin mir ziemlich sicher. Gut. Super Frage. Ich wollte keine Frage stellen, sondern ich wollte nochmal John Carpacin verteidigen. Also ich glaube, dass es unfair ist, bestimmte kurze Sätze von jemandem, so ein Grundsatzding und dann plötzlich auch Mütter, die ein Problem mit ihren Kindern haben. John Carpacin ist ein Psychosonomatiker gewesen. Der hat enorme, erfolgreich Menschen geheilt, dadurch, dass er in sein therapeutisches Konzept diese Entspannungsgeschichten mit eingebaut hat. Das ist ein Fragment sozusagen innerhalb von einem größeren therapeutischen Konzept. Und eben in dem Augenblick, wo man natürlich irgendwie ein kleines therapeutisches Konzept zu so einer Grundsatzgeschichte macht, ja, da kann ich alles liquidieren. Vielen Dank. Super. Bin ich total dankbar. Ich habe offensichtlich nicht, und das mache ich sehr gerne zum Abschluss, also es gibt und es gibt eine Fülle von, nein, gar keine Fülle. Die Arbeit von Therapeuten, Psychologen, Psychiatern und Achtsamkeitslehrern ist unschätzbar wichtig und wertvoll und inspirierend. Und es ist überhaupt nicht meine Absicht, das zu negieren. Mein Punkt ist, in dem Moment, wo wir das mit einem religiösen Konzept verbinden, kommen die Risiken und Nebenwirkungen. Und vor denen möchte ich warnen. Und da Sie das gesagt haben, auch an John Kabat-Zinn, war der nicht Naturwissenschaftler, aber das muss ich nochmal nachgucken, da knüpft sich eine ganze Schule an und ich wollte den nicht liquidieren, ich wollte nur den religiösen Punkt in seiner Lehre herausstellen. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gerne. Applaus